Grüß euch Leute aus dem Internet. In diesem Video geht es um künstliche Intelligenz. Ich habe die App Leonardo.ai schon länger, bin dort angemeldet. Ich habe ein Foto mit Ina Maria Blaubeer und mir vor dem Reichstag bearbeiten lassen. Hier das Originalbild und hier das hochskalierte Bild, in dem ich aussehe wie Jeff Goldblum. Und jetzt wird es richtig gruselig. Ich habe aus diesem Bild ein Video erstellen lassen mit der App Leonardo.ai. Es kam etwas sehr Gruseliges dabei heraus. Seht es euch bitte mal an. Wahrscheinlich hat die KI verschiedene Aufnahmen zusammengeführt. Es sieht mir sehr gemorpht aus. Dieses Bild vor dem Reichstag, oder besser gesagt Video vor dem Reichstag, sieht für mich echt schräg und abgefahren aus. Was meint ihr? Ist die KI noch nicht so weit, realistische Videos aus Bildern nachzumachen? Hochskalieren oder wie man das auch immer nennt? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Danke fürs Zusehen. Ciao Leute aus dem Internet.